Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 459. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Frau Alex. Servus. Und Herr Marvin. Hello. Hello. Ja, und damit ist die Runde für diese Woche auch schon komplett. Und wir werden dann gleich über Hoffenheim, die Eintracht, die Liga, die Euroleague und sonstige Dinge sprechen. Bevor wir allerdings soweit kommen, natürlich wie immer ein bisschen Housekeeping, weil wir nach wie vor sehr stolz drauf sind, dass wir hier von unseren Hörern und Hörerinnen tarnkräftig unterstützt werden. Und wie so oft vor Weihnachten kam hier der ein oder andere noch um die Ecke. Deswegen geht der Dank diese Woche stellvertretend für alle anderen an Nils, Pietro, Kai, Uwe, Thomas und die Karolin. Die haben uns hier mit kleinen Sonderspenden unterstützt und dafür gesorgt, dass der ein oder andere von uns vielleicht noch Weihnachtsgeschenke bekommen kann. Wir werden das sehen. Vielen, vielen Dank dafür und wenn ihr da draußen uns noch nicht unterstützt oder wissen wollt, wie das geht und was ihr da für Möglichkeiten habt, dann schaut ihr mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Support-Seite und da könnt ihr alles finden und könnt auch da alle Folgen sehen und alle Links zu Themen, die wir vielleicht heute oder wann anders besprechen werden. So, und jetzt besprechen wir mal Fußball. Die Eintracht durfte ran am Samstagnachmittag in Hoffenheim vor relativ verlassener Kulisse. Gerüchte sagen, dass ein einsamer Elch irgendwo auf der Tribüne saß und das Spiel geschaut hat und hat zumindest geil losgelegt und am Ende, wir wissen es alle, steht da ein 3 zu 2 für die TSG auf dem Zettel. Und mich würde jetzt mal interessieren, was macht dieses Spiel am Ende mit euch? Marvin? Ach, gar nicht so viel, muss ich sagen. Also ich habe das Gefühl, dass das Spiel natürlich ärgerlich ist, weil wir haben in der ersten Halbzeit über weite Strecken gesehen, über die ersten paar Minuten zumindest, dass diese Mannschaft anders da ist als in den letzten Wochen. Dass die Mannschaft auf jeden Fall das Potenzial hat, auch gefährliche Chancen zu kreieren. Das war gerade, selbst bei dem ersten gewonnenen Spiel seit langer Zeit gegen Fürth war das alles noch viel wackeliger, das sah jetzt besser aus. Und du hast in der ersten Halbzeit gerade in den ersten paar Minuten echt Chancen gehabt. Leider wurde nur eine verwandelt mit Boree und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht bleiben wir da dranholen, machen das 2-0, weil dann wäre der Käse anders gegessen. Aber wir haben viele der Chancen einfach nicht verwandelt und sind dann halt in den negativen Strudel gegangen, weil die Hoffenheimer ebenfalls einfach eine sehr, sehr, oder noch viel mehr, eine sehr, sehr gute Offensive haben. Und dann war das so ein bisschen so ein Klammergriff, aus dem wir uns nur noch schwierig befreien konnten mit dem 3-1. Das kamen auch individuelle Fehler immer wieder hinzu. Wir können hier über die Rolle von Haze besprechen. Und dann sind wir zu spät wieder aufgewacht, um dann noch potenzielles Unentschieden zu erreichen. Ich bin ein bisschen verärgert, aber nicht wirklich sauer darüber, denn trotzdem ist das Spiel in meinen Augen besser gewesen als das, was ich über viele Strecken gesehen habe, selbst bei dem Fürth-Spiel oder davor. Insofern sehe ich eine Weiterentwicklung und ärgere mich trotzdem, dass wir nicht einen Punkt geholt haben. Alex, wie geht's dir? Ja, ganz ehrlich. Also mich fuckt es total, weil das Spiel hättest du nicht verlieren müssen. Auch die Art und Weise, wie wir die Gegentore gekriegt haben, ist für mich so ein bisschen, ich glaube Glasner hat es auch so ein bisschen gesagt, so ein bisschen ein Rückschritt gewesen oder Rückfall in alte Verhaltensmuster. Also da wird halt überhaupt nicht zwingend in den Zweikampf gegangen. Auch Kamada in der Rückwärtsbewegung läuft einfach auf dem linken Flügel nur mit nach hinten. Jeder ist so ein bisschen in der Nähe vom Gegenspieler, aber keiner ist dran. Und am Ende stehen wir mit sechs Leuten im Strafraum und gucken irgendwie dem Ball hinterher, wie er im Tor zappelt. Also das ist so, ja, also ist nicht der richtige Biss dabei gewesen und das, was ist, das ist halt ärgerlich, das zu verlieren. Aber ich glaube, das ist jetzt kein, es ist kein Beinbruch, das ist kein Rückschritt, das ist, ich glaube, der Weg nach vorne ist weiter sichtbar. Ja, da waren einfach ein paar völlig unnötige Szenen dabei, wir haben es uns selbst viel zu schwer gemacht und ja, hätten einfach mit ein bisschen mehr Punch reingehen müssen und dann wäre das auch zu gewinnen gewesen. Also es ist jetzt nichts, wo, was mich mit einem Fragezeichen zurücklässt oder wo ich mir denke, oh Gott, wieso denn das und wie konnte das passieren, war halt einfach kacke. Aber ist jetzt auch nicht so, dass es meine Stimmung für die nächsten Spiele brutal in den Keller reißt oder alles zunichte macht, aber im Endeffekt bleibt es halt wieder genau so. Und das ist jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen meine Angst, schon mal vorgegriffen aus dem Ausblick. Wir haben es letzte Woche gesagt, wann immer die Eintracht irgendwas holen kann oder mit irgendeinem Sieg mal einen Schritt nach vorne machen kann, verkackt es. Und das ist halt genau die Situation, vor der wir am Donnerstag wiederstehen. Wir können mit einer Kleinigkeit jetzt was klar machen und da ist einfach jetzt so gar nicht begründet durch die Spielweise, sondern einfach so begründet durch die Historie. Wenn wir es verkacken können, verkacken wir es. Ja, wobei man ja sagen muss, was wir verkacken können, ist halt der direkte Einzug und dass wir dann eine Runde auslassen. Was wir definitiv nicht mehr verkacken können, ist die Tatsache, dass wir trotzdem weiter sind. Und das ist ja auch schon mal, das ist ja jetzt auch in der Gruppe, wo wir mit Fenerbahce Istanbul, wo wir mit Antwerpen und auch dementsprechend auch Pireos schon drei Gegner haben, die jetzt nicht komplett schau sind. Also wo das dann schon irgendwie auch, das sind zum Teil auch Champions League Teilnehmer. Und insofern ist das jetzt gar nicht so verkehrt, selbst wenn wir es jetzt nicht schaffen sollten. Ich bin tatsächlich trotzdem relativ optimistisch. Da kommen wir ja gleich noch zu, muss aber wie gesagt auch sagen, dass es ein bisschen schade war, wie gesagt, ich gehe gegen Hoffenheim, kannst du verlieren. Die Offensive von denen ist brutal. Man muss aber gleichzeitig auch sagen, dass es ein bisschen problematisch ist, dass wir in der Defensive der Eintracht Fehler gesehen haben, die sich schon immer mal wieder häufen, dass wir beispielsweise bei Herr Seebe, der sonst ziemlich gute Spiele macht, auch da haben wir ein paar Schwächen gesehen. Vielleicht müssen wir das mitnehmen, vielleicht müssen wir es akzeptieren, dass er insgesamt einen besseren Spieleaufbau hat. Aber gleichzeitig halt bei dem Spiel gegen Hoffenheim ein paar offensichtliche Fehler macht, Fehlpässe begeht, die dann zu Gegenzügen führen, die dann dementsprechend gefährlich sind. Also das kommt halt drauf an. Das sind halt Dinge, darüber muss man sprechen. Andererseits haben wir bei Hinti beispielsweise zuletzt gesehen, dass er den Ball immer nur noch sinnlos nach vorne geschlagen hat. Und da ist der Spielaufbau von einem Hasebe natürlich deutlich besser. Trotzdem siehst du halt, wenn du siehst, im 1 zu 1 gegen Dabur kann Hasebe beispielsweise nicht bestehen. Das ist natürlich die Schwierigkeit. Ich glaube, man muss jedem Spieler mal zugestehen, dass er auch mal einen schlechten Tag und ein schlechtes Spiel hat. Das wirst du halt nicht rauskriegen. Und da hat, glaube ich, Hasebe im Vergleich zu manch anderem immer noch deutlich weniger. Und dann muss man sich halt auch, klar, der Punkt mit dem Spielaufbau ist auch wichtig, wobei man natürlich auch dir dann die Frage stellen kann, das ist zwar schön, wenn du hinten raus einen schönen Spielaufbau hast, wenn du aber, weil du in der Offensive nicht weißt, was du mit dem Ball anfangen sollst, den Ball dann halt da vorne wieder verlierst und dann direkt in den Konter läufst, weiß ich halt auch nicht, ob dir der schöne Spielaufbau dann an der Stelle was bringt. Und die Defensive war halt für mich jetzt nicht nur Hasebe. Hasebe, der wird zwar da jetzt immer hergenommen als Beispiel, weil er halt auch an den unmittelbaren Toren das ein oder andere Mal beteiligt war und da vielleicht nicht so gut ausgesehen hat. Wenn ich mir aber mal sinnbildlich das 2-1 angucke, wo wir den Ball in der Offensivbewegung verlieren gegen eine Mannschaft, wo wir wissen, dass die auch gerne mal in so einen schnellen Konter gehen und schnelle Außenbahnspieler haben. Und du siehst alle vier Offensivspieler, ein Lindström, ein Bore, ein Karmada und ein Kostic, die nicht sofort hinterher rennen, sondern erst mal die Schultern hängen lassen, eine Sekunde warten und dann sich in die Rückwärtsbewegung begeben. Dann ist das halt auch sinnbildlich für das ganze Spiel für mich so ein Stück weit an der Stelle. Und da ist Hasebe eben jetzt nicht der eine, an dem ich es meiner Meinung nach festmachen kann. Nö, kannst du so sagen, ja. Ja, wobei. Alex? Mach ruhig, sprich. Nee, du kannst es schon so sagen. Klar, ich finde halt trotzdem, dass Hasebe halt da eine herausgehobene Position einfach hat. Aber natürlich kannst du auch sagen, dass es auch aneinander lag. Stimmt ja auch. Denn im Endeffekt ist es ja trotzdem so, dass die ganze Mannschaft nicht die Bissigkeit an den Tag gelegt hat, die sie in den letzten Wochen ausgezeichnet hat. Und klar, gegen Hoffenheim haben wir gemerkt. Aber auch in der Selbstkritik, die sie ja selbst formuliert haben, wo sie das auch gesehen haben. Dass sie auch gesehen haben, dass sie zu spät reingegangen sind. Wo sie gesehen haben, dass sie zu wenig bissig waren und Schandler mit einer deutlich formulierten Selbstkritik. Das finde ich dann tatsächlich schon gut. Wenn man weiß, dass man diese Fehler gemacht hat, ist es ja okay. Aber Alex, was wolltest du denn sagen? Ich wollte sagen, dass man da vielleicht jetzt auch ganz deutlich den Unterschied sieht in dem, was man in den beiden Spielern hat. Also Hinteregger ist halt ein brutaler Zweikämpfer. Und das ist Hasebe nicht und auch noch nie gewesen. Der hat halt immer überzeugt und auch seine Zweikämpfe hauptsächlich durch Auge, Stellungsspiel, Handlungsschnelligkeit gewonnen. Aber gerade bei dem Gegentreffer, bei dem 2-1 war es glaube ich, da wäre es halt wichtig gewesen, mit aller Härte in diesen Zweikampf zu gehen. Das ist aber ein Hasebe nicht. Und ich glaube, da wird halt einfach so ein bisschen der Unterschied zwischen den beiden Spielern auch nochmal deutlich. Und wenn du mit einem Hasebe spielst, dann weißt du, du hast einen sehr spielintelligenten Spieler dabei. Jemand, der einen Wahnsinnsüberblick hat, der dir auch in der Rückwärtsbewegung alleine durch sein Stellungsspiel oft helfen kann. Aber im bedingungslosen Zweikampf im 16er ist ein Hinteregger einfach besser. Ja, weiß ich nicht. Also Hasebe geht schon auch in die Zweikämpfe. Er macht es halt deutlich seltener, weil er halt sehr oft nicht dazu gezwungen ist, weil er halt eben diese Erfahrung und dieses eigentlich sehr passende Stellungsspiel hat. Deswegen muss er das nicht so oft tun, aber der kann schon auch in die Zweikämpfe gehen. Also weiß ich nicht, ob ich das jetzt so sagen würde. Na ja gut, also so gänzlich ohne Zweikampfverhalten kommst du in der Bundesliga nicht aus. Also wollte ich mir jetzt nicht ganz absprechen, dass er das nie tut, aber da ist ein Hinteregger halt schon auch eine andere Nummer. Ja klar, es sind halt zwei komplett andere Spielertypen. Ja, da musst du dich im Prinzip halt vorher auch für entscheiden oder ein bisschen darauf spekulieren, was du halt eher brauchst. Und ich wäre jetzt auch eher hergegangen und hätte gesagt, naja, Hoffenheim ist eine spielstarke Mannschaft. Da hilft mir in Hasebe vielleicht mehr, dass es am Endeffekt dann hinterher vielleicht ein bisschen anders aussieht. Ja, aber das hinterher, weißt du, ist halt immer schlauer. Ja. Naja, im Endeffekt ist es ja so, dass du jetzt dreimal mit der gleichen Mannschaft gespielt hast. Viermal sogar. Ja sowieso, oder jetzt, was? Viermal? Viermal mit der Euroleague, wo wir die gleiche Startelf hatten. Also wettbewerbsübergreifend ist es das vierte Mal in Folge. Danke dir. Und da ist es tatsächlich so, dass es jetzt auch gar nicht so gewöhnlich ist, dass, also es ist erstmal gar nicht so gewöhnlich, dass es überhaupt der Fall ist. Die Eintracht hat zuletzt vor ganz langer Zeit gemacht und dass die ganzen Spiele das dann dementsprechend durchhalten. Vielleicht jetzt dann aber auch mal ein bisschen durchhängen lassen, dass sie immer ein schlechtes Spiel dann da drin hat in der ganzen Serie, in der es eigentlich relativ gut geklappt hat, ist ja jetzt auch kein Drama. Wie gesagt, dieses Spiel ist generell kein Drama. Es zeigt nur, wo manchmal Probleme dann herkommen oder offensichtlich werden, wenn nicht alles optimal läuft. Und das war ein Spiel, da ist halt nicht alles optimal gelaufen. Da war auch beispielsweise ein Kevin Trapp, als er den Abpraller zur Mitte gemacht hat. Das muss dann geklärt werden, das wird aber nicht geklärt, deswegen entsteht das Tor. Aber es sind halt viele Kleinigkeiten, aber wie gesagt, ich bleibe dabei. Hoffenheim ist natürlich eine starke Mannschaft. Die fahren manchmal so ein bisschen unter dem Radar, ganz klar. Ich gucke mir das Spiel natürlich auch nicht, ich gucke mir keine Hoffenheim-Spiele mit großartiger Leidenschaft an, wenn die Eintracht nicht beteiligt ist. Warum sollte man das tun? Aber man merkt, da ist offensiv extrem viel Qualität. Ja, das stimmt leider. Und da haben wir es halt diesmal nicht so gut hinbekommen. Abgesehen davon, die Zweikampfquote von der Säbe ist trotzdem gut gewesen mit 77 Prozent. Mir geht es tatsächlich, und selbst die Passquote ist gut, aber es gibt halt so ein paar entscheidende Pässe, die in die falsche Richtung gehen. Das sind halt so Kleinigkeiten, aber mit 37 noch auf diesem Niveau. Trotzdem ist es immer so eine Entscheidung, Hasebe oder Hinteregger. Momentan hat Hasebe noch die Nase vorn, Hinteregger muss sich dementsprechend ranhalten, das müssen wir sehen. Aber es bleibt im Gesamt festzuhalten, dass es auch nicht nur die Defensive hinten anfängt, sondern weiter vorne, was du ja richtig gesagt hast. Da war es auch ein Kamada, der in der Rückwärtsbewegung nicht optimal war. Jan Jakic hat einen schwächeren Tag gehabt. Auch ein Chandler war nicht optimal, sag ich jetzt. Ja, du hattest aber halt auch das Thema, dadurch, dass ja Kostic immer sehr offensiv positioniert ist, da auf der Seite auch unwahrscheinlich viel Platz war, den Hoffenheim auch sehr geschickt genutzt hat. Also da waren halt einfach generell so ein paar Punkte, wo du sagen kannst, da waren wir einfach nicht griffig genug an dem Tag. Ja, wollen wir über das Gute auch mal reden? Ja, was würde dir da spontan einfallen? Ich habe da zwei Dinge im Kopf. Das Tor von Paciencia. Das war schon Sahne. Das war schon sehr geil. Also ist wieder so ein weiterer Punkt, wo sich einfach die Qualität eines Paciencias dann wieder zeigt. Mal mindestens als Einwechselspieler. Ich glaube, er hat zumindest so als Einwechselspieler, was so Ratio von gespielten Minuten und geschossenen Toren ist, hat er eine brutal starke Effizienz. Das Ding ist halt, das ist wieder so ein Spieler, der mich Lügen straft. Also ich bin kein Paciencia-Fan, aber jedes Mal, wenn der reinkommt und seien es nur für fünf Minuten, macht der einfach ein Tor. Ja, das ist es ja. Heißt das jetzt, er spielt in Fenerbahce von Anfang an? Nein, würde ich nicht sagen. Also ich finde, Paciencia ist ein guter Spieler und wir haben gesehen, dass er ein super 13.12. Mann ist, der eingewechselt werden kann und seine Präsenz dann oftmals in Tore verwandelt, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht, weil er natürlich auch Zusammenspiel mit Philipp Kostic noch kennt. Aber dieses Anrennen, ich glaube, das ist so ein Punkt, wo auch vielleicht ein, der unser Trainer halt auch sagt, ja, okay, Olli Klassner ist da ein bisschen skeptischer bei einem Paciencia. Also gerade wenn es darum geht, vielleicht offensiver gegen den Gegner zu gehen, vielleicht gefällt ihm das nicht und es ist dann eher dann so, dass er der perfekte Einwechselspieler ist, weil dann bringt er Gefahr rein. Sowohl bei Kopf als auch mit schönen Schüssen extrem gefährlich. Ich bleibe aber dabei, dass ich nicht glaube, dass er auf Dauer diesen Platz 1 bekommen könnte und ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, warum ich ihn jetzt gegen Fenerbahce auf jeden Fall auf die 1 stellen sollte. Ja, also der freundliche Twitter-Account Eintracht-Stats heißt er, glaube ich, hat geschrieben, Paciencia nach dem Spiel 222 Spielminuten, 4 Tore, 1 Assist. Das heißt, er hat im Schnitt alle 56 Minuten ein Tor oder alle 44 Minuten eine Torbeteiligung. Das ist schon eine brutal starke Statistik. Aber ich bin da komplett bei Marvin. Das ist ein geiler Einwechselspieler und ich glaube, da passt er auch super hin als Joker und tut auch stimmungstechnisch was für die Mannschaft. Den kannst du super in so einer 60. 70. Minute, wenn das Spiel so ein bisschen hinplätschert, da nochmal reinwerfen, der dann da auch nochmal Motivation mitbringt. Aber wirklich für dieses Pressing-intensive Anlaufen, ne, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Sehe ich nicht. Aber ich bin trotzdem froh, dass wir ihn im Kader haben. Alex, was sagst du? Du siehst es so? Siehst du es anders? Nee, 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 überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich habe ja eingangs schon gesagt, ich bin nicht sein größter Fan, aber er kommt halt jedes Mal rein und macht eine Bude. Und dann kann man sich halt irgendwann natürlich auch vor der Frage nicht mehr verschließen, ist er besser, wie ich ihn sehe. Ja, das kommt halt darauf an, in welcher Situation du ihn siehst. Gute Frage, gute Frage. Ja, also ich finde, es kommt genau auf die Situation drauf an. Wir sehen, dass er wirklich sehr gut bei Einwechslung ist, dass das ein großer Vorteil sein kann. Ich glaube auch, dass es schön ist für ihn überhaupt diesen Spirit innerhalb der Mannschaft wieder mitzubekommen. Wir sehen, er zeigt seine Leistung, er ist Teil des Teams. Ganz ehrlich, wer hätte das gedacht, nachdem er vor Schalke zurückgekommen ist, dass er sich so wieder ins Team spielt? Ich glaube, er ist mittlerweile relativ nah dran und das ist gut. Und das ist auch eine Position, die ihm auch, glaube ich, gut tut. Also ich will das gar nicht negativ konnotieren. Paciencia ist wieder ein wichtiger Faktor bei Eintracht Frankfurt. Punkt. Da mache ich meinen Punkt und finde das geil. Und ich freue mich, ist ein geiler Spieler, ist ein motivierter Spieler und dann ist es eine super Sache. Er ist halt trotzdem nicht der Key-Spieler, den wir brauchen. Dafür müssen wir im Winter gucken. Und auch jetzt würde ich noch sagen, hat er für mich einfach noch nicht den Platz als Stammspieler logischerweise da vorne und wird er auch nicht haben, weil das Spielsystem von Oli Glasner solche Typen nicht großartig präferiert. Nee. Ich wüsste auch gar nicht, wofür ich ihn bringen würde. Also man könnte jetzt irgendwie sagen, keine Ahnung, bringst ihn für Lindström, lässt ihn mit Boree vorne spielen. Zum Beispiel. Bedeutet aber, dass Kamada wieder mehr rechts spielen muss, was auch nicht so geil war. Könntest aber auch sagen, du lässt einfach Kostic, Lindström und Kamada drin und bringst ihn für Boree, wobei Boree sich echt richtig gut entwickelt hat. Und ja, also eigentlich sind die Alternativen, sind mir alle nicht so... Das ist doch genau der Punkt. Du sagst es ja wunderbar, weil ich meine, selbst ein Boree, der macht zu wenig aus seinen Chancen. Muss man mal sagen. Aber es ist trotzdem so, Boree hat jetzt wieder getroffen. Und dann per Kopfballtor, ne? Ja, gegen zwei Innenverteidiger. Und ich meine ganz ehrlich, dass wir mal an einem Kamada, über dem auch viel gesprochen wird, oder Lindström, der ja auch eigentlich gesagt in der Entwicklung sich befindet. Lindström hat für mich ein ganz ordentliches Spiel beispielsweise gemacht. Ich fand es cool. Und insofern lassen wir doch diesen Trend vorangehen. Und ich finde es wichtiger, dass sich Leute wie Kamada und Lindström vielleicht gemeinsam auf ein Niveau gemeinsam hocharbeiten mit Boree zusammen. Da würde ich gar nicht so viel dran tun, weil die Alternativen, die sind halt nicht so grandios gut. Auch ein Holgeb würde mehr Zeit brauchen, um dann da reinzurutschen. Lindström haben wir gekauft. Kamada ist immer noch ein Versprechen, von dem wir wissen, was er einzulösen bereit ist oder einlösen kann. Und insofern, ich würde tatsächlich an diesem Offensivkonstrukt bis zum Winter gar nicht viel machen. Ne, würde ich tatsächlich auch nicht. Also Kamada braucht den Platz, den ihn halt ein Lindström und aber auch ein Boree in der Kombination auch verschaffen. Weil sowohl ein Boree im Pressing sehr stark ist, als auch sich dann der eine oder andere auch auf Lindström konzentriert, der dann ja auch einen gewissen Torabschluss hat, damit schaffst du den Platz für Kamada. Sowohl Kamada als auch Lindström haben auch in dieser Kombination immer wieder mal geile Pässe in die Spitze. Lindström ist halt auch brutal schnell im Vergleich zu manch anderem Spieler, den wir im Kader haben. Also da würde ich tatsächlich auch nichts dran ändern. Und wenn wir dann auch endlich mal dieses Thema vielleicht so ein Stück weit gelöst bekommen, dass wir nicht immer alles nur auf die Variante, wir geben einem Kostetsch den Ball und er soll das Ding irgendwie reinflanken, was wir ja am Wochenende gegen Korfen haben, auch wieder unwahrscheinlich oft gesehen haben, sondern auch ein bisschen mehr vielleicht über die Mitte in die Spitze spielen, vielleicht auch tatsächlich mal eine Variante oder eine Lösung für die rechte Seite finden, dann kommst du damit, glaube ich, bis zum Winter schon ganz gut hin. Es löst aber trotzdem nicht das Thema und dabei bleibe ich und ich hoffe, dass die Eintracht-Verantwortlichen das auch sehen, wir brauchen einen Nummer-eins-Stürmer da vorne, den wir von Anfang an setzen können. Und ich hoffe nicht, dass jetzt so das Gefühl auftaucht, ja nach dem Motto, funktioniert ja doch, da müssen wir da gar keine Verpflichtungen im Winter machen. Da würde ich extremst von abraten. Habt ihr eine Idee? Für einen Stürmer? Ja. Also ehrlich gesagt, das ist sehr schwierig, weil das Problem ist, dass wir ja nicht wissen, über wie viel Geld die Eintracht momentan zur Verfügung hat, weil das ist natürlich insofern schwierig, wir kommen jetzt wieder in eine schwierige Corona-Phase, in der es nicht klar ist, wie viele Spiele wir haben mit Zuschauern gerade. Jetzt werden wir vielleicht noch mal ein, zwei Spiele haben. Genau, also und dann wird es auch noch mal schwierig, weil das drückt natürlich so auch ein bisschen aufs Budget, dann weiß ich immer noch nicht genau, ob die Eintracht jetzt schon irgendwas abzwacken will für die geplante U21 beziehungsweise U23, das würde ja auch Geld kosten. Ja, das ist natürlich auch noch der Punkt, wie geht jetzt das Spiel am Donnerstag aus? Also kommst du quasi eine Runde, überspringst du die eine Runde, dann hast du irgendwie, ich glaube, 500.000 Euro mehr in der Tasche. Ja. Das ist halt auch noch mal so ein Faktor? Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass, Alex, dass die Eintracht sich noch mal an Colomuani versuchen wird, bei dem es ja immer schon wieder Gespräche gab, bei dem man ja auch relativ weit war, aber wo es im Endeffekt so ist, dass man eher gedacht hat, na gut, dann würden wir ihn vielleicht einfach eher im Sommer holen. Und dass man jetzt sagt, vielleicht Nantes, hier drei Millionen und wir wollen ihn gleich haben. Der hat jetzt in dieser Saison bislang erst vier Tore erzielt in der Liga in 16 Spielen, jetzt auch kein absoluter Reißer gewesen, aber er wäre tatsächlich jemand, mit dem man schon verhandelt hat, vielleicht könnte da was gehen. Ansonsten sehe ich nur Leihen. Ja, würde ich gerade sagen, also du könntest ja dann auch je nachdem dann einfach auch sagen, wenn du nicht direkt kaufen willst, dass du dann halt leihst mit einer Kaufoption ab Ende des Jahres, dann hast du zumindest die Kohle nicht direkt jetzt weg. Denke ich auch. Ja, das Problem ist halt auch, du weißt halt, also auch bei Kolomuani, du weißt halt nicht, wie schnell der sich einfindet. Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen auch nochmal gelesen, oder ich glaube gehört auf Sky sogar, dass Ansgar Knauf im Gespräch ist, um mal wieder so in dieser Dortmunder Stürmer-Gesproke rumzustochern. Aber das sind auch alles so Sachen so, also das sind halt alles keine Spieler, von denen du weißt, die holst du im Winter, damit sie dir direkt in der zweiten Jahreshälfte weiterhelfen. Exakt. Exakt, das ist das Problem. Das macht es halt richtig schwer, da irgendwas zu finden. Ich hätte aber auch keine Idee, wer bezahlbar wäre und direkt weiterhelfen könnte. Ich glaube, das ist so das größte Thema, auch nebenbei dieses Thema bezahlbar. Du hast halt auch teure Spieler im Kader, die dir halt auch einfach Geld binden. Also das Thema Younes ist halt auch immer noch nicht geklärt. Der sitzt halt immer noch da und bindet Geld. Ja, also theoretisch schon. Also das ist genau das Ding. Ich weiß nicht, wie die vertragliche Situation mittlerweile ist, aber man hätte sich halt bekannt gegeben, hätte man das hinbekommen, dass man den Vertrag aufgelöst hat. Das scheint aktuell noch nicht der Fall zu sein. Insofern gebe ich da vollkommen recht. Ich sehe es ja auch, was du sagst, Alex, das war ein guter Punkt. Also Anzer Knauf ist ein guter Spieler für die Perspektive. Aber es ist halt leider nichts, bei dem du sagen kannst, okay, den holst du jetzt und der bringt dir jetzt im Winter beziehungsweise in der Rückserie schon was. Das geht halt einfach nicht, weil das können wir nicht erwarten. Und du brauchst, wenn, dann brauchst du ja schon jemanden, der relativ zeitnah dir einen Torerfolg garantiert. Und ich gehe davon aus, dass ein Rangner Ache beispielsweise wechseln wird, zumindest leihweise, dass er dann für einen zur Richtung, naja, was kann ich mir gut vorstellen, Holstein Kiel oder so, ein anderer Zweitligist verlässt, um da Erfahrungen zu sammeln. Das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Das heißt, wir holen da vielleicht wieder ein bisschen Geld rein. Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Spieler uns ebenfalls noch verlässt, zumindest auf Laie. Und dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Geld. Ache ist jetzt nicht der, der so viel Geld will, das muss ich auch mal sagen. Ja, aber der Kader ist schon mal groß. Ja, genau. Der Kader ist groß, aber du brauchst, die andere muss kreativ werden. Und du musst vielleicht bei Top-Vereinen gucken, welcher Stürmer auf der Bank sitzt und wer für uns auch die sofort stechen könnte. Da gibt es ein paar, aber da muss Krösche die ganz große Schatulle aufmachen oder zumindest die ganz großen Vereine anfragen, ob die ein halbes Jahr uns einen Leihspiel ergeben können, der Potenzial hat. Und nicht nur Potenzial, sondern es auch einlösen kann. Wer rennt denn da bei Schalke gerade so rum? Ich habe vorhin gelesen, die brauchen ganz dringend 34 Millionen. Oh, Schalke, das ist so bitter, jedes Mal Salazar zu sehen. Ja. Der macht so eine geile Entwicklung, der Tür. Ja, aber den werden wir nicht mehr sehen. Also wenn wir den... Ja, genau, der ist halt schön. Ja, genau. Genau, Mitkaufoptionen. Ja. Und bei den Stürmern ist das nichts. Also ich meine, klar, du hast so einen Simon Terotte, das ist halt einfach, ich meine, ne, also bei Respekts. Zweitliga halt, ne? Geil, guter, supergeiler Zweitligaspieler, passt wie die Faust aufs Auge. Aber das ist halt alles leider nichts. Also das muss man, das funktioniert halt nicht. Hast du auch Mario Bülter, ist auch ein guter Spieler, ne? Auch der ist sogar, ist 28, das sind alles Superspiele. Ich habe da einen hohen Respekt davor. Vielleicht können die auch, vielleicht auch aufsteigen. Würde mich auch freuen, wenn Schalke wieder aufsteigt. Aber wie gesagt, in der, für die erste Liga ist das potenziell alles nichts. Du musst wirklich, du musst erneut outside the box denken. Du musst wieder schauen, welche Spieler könnten uns helfen. Und da gibt es keinen BVB-Spieler tatsächlich. Da gibt es in Deutschland auch keinen, selbst der FC Bayern hat eigentlich keinen Spieler, den die gerade selber nicht brauchen, der uns helfen könnte. Das ist halt einfach so. Weil du hast natürlich die Top-Tier-Spiele. Du hast wunderbare Spiele, wie wir sie alle kennen. Lewandowski, Tchubomutin, ist ja auch potenziell ein guter Spieler. Aber alle, die haben ja da vorne ja auch nicht wirklich viel. Und alle anderen bekommst du nicht oder dir helfen nicht sofort. Insofern, du musst wirklich ganz woanders gucken. Und da habe ich ehrlich gesagt auch keine Lösung momentan. Aber dafür ist Krösche zuständig. Ja, das definitiv. Mir ging es halt jetzt einfach nur darum, nochmal klarzumachen, dass auch wenn die Offensive jetzt aktuell funktioniert, ich es trotzdem für mehr als notwendig halte, dass da was getan wird. Genau. Ich hoffe auch. Ich hoffe auch sehr. Und wie gesagt, es wird hundertprozentig Möglichkeiten geben. Offline auf jeden Fall schauen. Und dann mal gucken. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da ein bisschen was möglich ist. Aber man muss wirklich vielleicht auch mal gucken, was macht Real gerade? Gibt es bei Barcelona irgendwie ein paar Spieler? Wobei, seien wir ehrlich, mit spanischen Spielern haben wir gerade genug zu tun. Und das ist leider auch gerade nicht so wirklich gut. Aber ich kann mir beispielsweise auch vorstellen, dass wir in der Premier League den einen oder anderen Spieler haben, der sehr viel von sich hält, zu Recht vielleicht auch. Aber dann sieht er, dass er halt keine Einsatzzeit hat und dann dementsprechend vielleicht auch mal spielen muss. Kann ich mir schon alles vorstellen. Müsste man mal gucken. Ich glaube, unsere Leute, die uns hier gerade zuhören, die haben bestimmt schon den einen oder anderen, den sie uns gleich schicken wollen. Ja, das denke ich auch. Was macht eigentlich Michi Batshuay? Gute Frage. Keine Ahnung. Der ist doch auch in Istanbul, oder? Kann ich dir nicht sagen, weil ich schon allein daran scheitere, den Namen zu schreiben. Wie schick das. Jawohl. Oh, guter Spieler. Also den fand ich halt schon geil, wie er bei Dortmund ausgeliehen war. Ja. Ja. Du musst halt sehen. Also ich meine, wie gesagt, es gibt die Spiele, aber du wirst sie halt nicht kaufen können. Zumindest im Winter wirst du sie nicht kaufen können. Du musst halt sehen, dass du halt ... Du bist, glaube ich, angewiesen auf irgendeine Laie. Aber das Krasse ist, wenn wir jetzt mal wirklich sagen, von Strikern, die wirklich ganz weit vorne sind. Und das ist ja auch bei vielen, auch selbst bei Manchester City ist das ja jetzt kein Konzept, wo du so viele Mittelstürmer hast. Und auch gerade Stürmer, die fit sind. Ich habe jetzt gerade mal bei Manchester United geguckt, da sind alle auch verletzt im Endeffekt. Und sind alle auf einem ganz anderen Niveau. Wenn wir Chelsea gucken, klar, gibt es da so ein paar Spieler, die wir sie halt alle kennen mit Timo Werner. Aber da gibt es dann auch so der zweite Anzug, der ist dann auch schon wieder ... Das kriegst du auch nicht. Das macht dann auch keinen Sinn. Also es ist, glaube ich, echt schwierig. Und ich glaube, Köscher muss da jetzt auch die ganze Zeit dafür investieren, um zu sagen, den oder den könnten wir uns verpflichten. Von dem Punkt her, dass du sagst, du willst halt auch einen Spieler, der dir direkt hilft, brauchst du halt auch entweder einen Spieler, der halt schon komplett im Saft ist und der gerade jede Menge Spielpraxis hat, wo du jetzt nicht da irgendwie aufarbeiten musst. oder du brauchst den halt auch sehr schnell oder vielleicht sogar und, weiß ich nicht, oder oder und, sehr schnell zum Beginn der Transferperiode jetzt, damit du dann halt auch vernünftig mit der Mannschaft da arbeiten kannst. Also das wird halt schon alles andere als einfach, würde ich jetzt mal sagen. Also Transferfenster geht am 1.1. auf. 18. Spieltag ist am 7.1. Ich wüsste da einen, der sofort weiterhelfen könnte, der bei seiner aktuellen Mannschaft nicht zum Zuge kommt, der auch eigentlich zwar für viel Geld verpflichtet wurde, aber 0 meiner Meinung nach ins Spielsystem passt und perfekt im Umsatz passen würde. André Silva. Bekommst du halt vom General Halt nicht mehr hin, ne? Wahrscheinlich nicht. Ist mir nach wie vor ein Rätsel, was Leipzig eigentlich mit ihm will. Also hat er jetzt relativ klar gezeigt, dass es nicht so funktioniert. Gut, mit einem neuen Trainer, der vielleicht auch wieder eine andere Art Fußball reinbringen möchte, wie dieses Leipziger überrollende Powerplay. Das ist halt genau das Ding. Also was du gerade sagst, es gibt jetzt potenziell einen neuen Trainer. Heute hat er getroffen, Silva, hat gegen Manchester City getroffen. Auch selbst wenn er jetzt in Leipzig nicht wirklich klarkäme, würde es potenziell auch vielleicht im Winter andere Interessenten geben. Es fehlt noch der neue Trainer. Bayer-Lotzer wird sicherlich nicht, hoffentlich, also keine Ahnung, Leipzig kann machen, was wir wollen, aber Bayer-Lotzer ist im Endeffekt kein guter Trainer. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann so laufen wird, dass man auf den nächsten Trainer noch wartet. Vielleicht hat er mehr Einsatzmöglichkeiten. Und am Ende ist es so, dass die Eintracht, ja dann auch das Gehalt wieder zahlen müsste, zumindest anteilig. Und ich glaube, das ist sehr, sehr hoch. Ja, schwierig. Habe ich jetzt aber auch schon öfter gehört. Glaube ich aber halt da. Ich bin einfach nicht dran. Ja, nee, glaube ich auch nicht. Aber das wäre jemand, der garantiert direkt funktionieren würde. Klar, du hast halt die ganzen Strukturen noch da. Du hast halt mit Kostic jemandem, der eben halt die Bälle so servieren kann, wie er sie braucht. Die sind wahrscheinlich auch noch gut eingespielt. Aber erstens das Gehaltsthema. Und zweitens glaube ich auch nicht, dass er ein herzliches Willkommen in Frankfurt erleben würde. Das wird er nicht machen. Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ganz ehrlich, ist das nicht scheißegal. Also hatten Leute so eine emotionale Beziehung zu André Selber? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir hatten es ja auch nicht. Nee, das nicht. Aber... Also war ja von Anfang an eigentlich klar, der ist gekommen. Und in dem Moment, wo der da war, von der ersten Minute war klar, das ist sein Sprungbrett. Der will sich neu präsentieren, neu positionieren, wenn es gut läuft. Das ist für alle win-win. Und dann ist er wieder weg. Also genau so habe ich auch eigentlich mit seinem Wechsel, auf seinen Wechsel reagiert. Das ist eine andere Nummer bei dem einen oder anderen, der irgendwie gegangen ist, zu dem ich, wie der Marvin gesagt hat, eine ganz andere Bindung irgendwie aufgebaut habe. Aber bei André Selber, also das ist so ein bisschen, so ein bisschen die Schweiz. Also super neutral. Und also wie gesagt, ich finde die Idee von dir echt gut. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es finanzierbar ist, worüber man im Sommer vielleicht sprechen müsste, wäre jemand wie der Viertespieler Jamie Leveling, dass der, der ganz gute schon Einsätze hatte in der schwierigen Bundesliga-Saison, U21-Nationalspieler ist, dass der uns vielleicht auch helfen könnte. Ich meine, bislang nur drei Tore in 14 Spielen, aber ist jemand mit Potenzial, müsste man, finde ich, müsste man auf jeden Fall darüber nachdenken. Das wird aber jetzt halt auch nichts für den Winter. Es ist tricky. Es ist tricky. Man muss überlegen, wie man das hinbekommt. Dafür haben wir ja Krösche verpflichtet. Also mach mal was, Bruni. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Haben wir noch was zum Hoffen am Spiel? Scheint nicht so zu sein. Habe fertig. Doch. Sorry, ich wollte noch ganz kurz sagen. Also ja, ich meine, ich mache ja immer aus, damit nicht so viele Geräusche und so weiter. Also wie gesagt, wir haben sie eben schon festgehalten. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass wir sagen, dass Patience uns gut tut, in welcher Form auch immer. Das finde ich auch gut, dass sie Alex das gesagt hat. Ich finde es auch wichtig zu sagen, dass das jetzt kein Beinbruch ist. Mir gefällt die Selbstreflexion der Andere. Die wissen, okay, wir haben Fehler gemacht, das lief nicht so gut, aber wir wissen, wir können es besser. Das zeugt auch schon davon, dass man irgendwie ein anderes Selbstverständnis mittlerweile hat. Und zudem, dass man endlich in der Lage ist, und auch das hatten die letzten paar Spiele, zwei, drei Spiele auch schon gezeigt, wirklich sich Chancen zu erarbeiten. Und deswegen ist es trotz der Niederlage für mich eine positive Entwicklung. Es gilt halt jetzt, die wieder in Punkte umzuwandeln. Ja, das ist richtig. Ja, Punkte umwandeln ist das richtige Stichwort. Bevor wir auf das Euroleague-Spiel gucken, weil die nächsten Bundesligaspiele sind, alle noch ein bisschen weg, sind aber auch relativ dicht beieinander. Es steht uns nämlich eine englische Woche in der Bundesliga, bevor wir spielen. Am Sonntag 17.30 gegen Leverkusen, am dann darauf folgenden Mittwoch um 18.30 in Gladbach, um dann am darauf folgenden Samstag gegen Mainz zu spielen. Was glaubt ihr denn, was da noch geht in den drei Spielen? Leverkusen gerade extrem gut unterwegs, hat am Wochenende gegen Fürth gespielt. Ja, Aufsteiger, trotzdem sieben Buden gemacht. Gladbach hat nach der Derby-Niederlage gegen Köln dann noch ein rekordverdächtiges Ergebnis gegen Freiburg kassiert, quasi sechs auf einen Streich. Ja, und Mainz ist jetzt auch nicht gerade so super schlecht unterwegs. Was für eine Erwartung geht ihr denn in diese letzte Bundesliga-Woche? Herr Marvin? Schwierig. Oder Frau Alex? Sorry. Ja, Frau Alex. Schwierig. Schwierig, du hast es schon gesagt. Also Leverkusen ist gerade echt eine harte Nummer, wobei wir da auch in der Vergangenheit schon zu Hause überraschend den einen oder anderen auch Hohensieg nach Hause gebracht haben oder zu Hause gehalten haben. Aber so ganz realistisch ist da, glaube ich, nicht so viel mitzuholen. Gladbach neigt man so ein bisschen dazu, nach der letzten Woche zu unterschätzen. Aber die haben nun mal einen Trainer, der die Eintracht sehr gut kennt. Vor allen Dingen auch einfach einen Großteil der Spieler, die auf dem Platz stehen, aus dem FF kennt. Genau, Stärken und Schwächen. Also wenn der nicht in der Lage ist, Gladbach auf Frankfurt einzustellen, dann wird es für Gladbach überhaupt schwierig. Und Mainz hat auch, ja nee, Mainz habe ich eigentlich gar keinen Bock, jetzt irgendwas Positives zu zu sagen. Frage war, mit wie vielen Punkten ich so rechne. Mein Fanherz würde sich sieben wünschen. Realistisch, glaube ich, mit vier rausgehen, ist das eine gute Sache. Marvin? Alex hat mir vollkommen das gesagt, ich kann ihr nur vollkommen zustimmen, was möglich ist. Sorry, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, aber ich sehe es auch so. Vier Punkte halte ich für durchaus realistisch. Ich sehe ehrlich gesagt drei Punkte gegen Mainz und einen Punkt, müssen wir mal gucken, vielleicht gegen Gladbach. Ab dem Ende wird es so laufen, dass wir drei Punkte gegen Gladbach und null Punkte gegen Mainz und vielleicht einen gegen Leverkusen holen, weil es immer anders kommt, als man denkt. Aber ich glaube vier Punkte, dann haben wir 22 Punkte, gehen damit in den Winter und sind eigentlich total gechillt. Das ist nämlich auch, das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Überleg mal, in welcher Situation wir zwischenzeitlich waren, wo wir gedacht haben, oh ja, jetzt könnte es aber richtig problematisch werden für die Eintracht. Stell dir vor, vorführt, da ging alles irgendwie echt in eine schwierige Richtung. Wenn wir das Ding verlieren, dann sieht es wieder düster aus. Aber Quatsch. Vier Punkte. Irgendwie holen wir sie zusammen und dann geht es in die Winterpause, die ja auch saukurz ist. Wir haben ja dann, am 8. Januar geht es dann schon wieder los. Also wir haben eigentlich so wie gefühlt zwei Wochen, zweieinhalb Wochen oder drei Wochen Winterpause. Es geht gleich schon wieder los. Dann gegen Dortmund und Augsburg und Arminia Bielefeld. Und dann schauen wir mal. Aber deswegen auch wichtig, was du gesagt hast, lieber René, frühzeitig schon den neuen Stürmer verpflichten, dass er möglichst gegen Dortmund schon auf dem Platz stehen kann. Ja, du musst es im Prinzip jetzt vor Weihnachten klar machen, dass du es quasi am 1. verkünden kannst, wenn dir das Transferfenster aufmacht. Direkt morgens um 8.00 Uhr und 2.00 Uhr das Fax an den DFLB schicken. Den Transfer irgendwie fix machen, dass der quasi direkt anfangen kann, mitzutrainieren. Und selbst dann wird es halt schon anspruchsvoll. Weil es sind halt in der Tat nur zwei Wochen, äh, drei Wochen zwischen dem letzten Spiel in diesem Jahr und dem ersten im nächsten Jahr. Siehst du das auch so mit drei Punkten oder vier Punkten oder siehst du sogar noch mehr oder weniger? Nee. Also ich glaube, realistisch gesehen, Leverkusen, hätte ich jetzt gesagt, ein Punkt ist drin. Auch wenn die gerade geil drauf sind, aber die spielen halt mit, da bieten sich Räume an. Das wird, glaube ich, schon ein ansehnliches Spiel. Gladbach allein aus dem Fanherz die drei Punkte, ähm, was dann übrigens meiner Meinung nach der Todesstoß für, also in Anführungszeichen Todesstoß, jetzt nicht, dass sich hier einer irgendwie, äh, äh, ich will hier irgendjemand was unterstellen, ähm, für Adi Hütter als Trainer in Gladbach wird, der dann übrigens nach dem letzten Spiel als Cheftrainer bei Leipzig anheuern wird, meiner Meinung nach. Ähm, und gegen Mainz werden wir halt gnadenlos keine Punkte kriegen. Die werden uns so das Spiel kaputt machen, das wird so ein richtig Nix-Spiel, was man sehen will, da gehen wir ohne Punkte und mit viel Frust in die Winterpause. Alter, was ein krasses Szenario du da gerade aufgemalt hast, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ist doch, ist doch realistisch, er hat doch eine RB-Vergangenheit, er hat schon Spieler da, die er kennt, äh, damit wäre dann auch das Silver-Thema übrigens vom Tisch. Ähm, halte ich jetzt nicht für so unwahrscheinlich. Nö, ich auch nicht. Sehr guter, sehr guter Einwand von dir, Rene, kann ich mir durchaus gut vorstellen. Es ist ja auch ehrlich gesagt nur nicht so wirklich viel im Kessel bei Leipzig, zumindest habe ich da noch nicht ganz so viel gehört, also ich halte es für gar nicht so unwahrscheinlich. Es ist nur alles sehr, sehr merkwürdig. Natürlich jetzt hast du 0-6, also so krasse Niederlage kassiert, mal gucken, wie die Hütte dann jetzt wieder zurückkommt, aber, also komplett aus ließen wir es nicht. dass es auch irgendwie in 40 Minuten passiert ist, ne? keine Ahnung, so 0-6 über 90 Minuten ist nochmal was anderes, wie wenn du einfach sechs Buden in einer halben Stunde kassierst. Das ist halt, also, das ist ja, da können sie ja eigentlich noch froh sein, dass Freiburg halbwegs gnädig war. Ja, waren auch glaube ich sogar zwei Rekorde. Das eine ist irgendwie die meisten Tore in kürzester Zeit, seit irgendwie Ewigkeiten und das andere waren irgendwie sechs unterschiedliche Torschützen in einer Halbzeit. Gab's auch noch nie. Ja. Und bitter, dass sie in der zweiten Halbzeit nicht weitergemacht haben, da wären locker noch zwei Buden drin gewesen. Wenn ich drüber reden. Ja, stimmt schon. Problem anderer Leute. Probleme anderer Leute, ja. Das ist schön. Ist für uns halt schön zu sehen, dass es manchmal auch noch ganz anders aushängen kann. Wobei mir die Gladbacher Fans schon so ein bisschen leid tun. Das ist vielleicht dann, glaube ich, auch nicht so angenehm. Aber gut. Nee. Aber im Hinblick darauf, dass wir ja bald jetzt gegen Leverkusen spielen, das ist ja auch ganz gut, dass Leverkusen sich letzte Woche schon ausgetobt hat, weil dieses schlimme Spiel gegen Leverkusen von ein paar Jahren ist immer immer noch ein grauslicher Erinnerung. Ja, ich musste auch gerade eben schon dran denken. Das ist nicht nochmal machen, schätze ich mal. Aber das war ja auch in Leverkusen. Jetzt spielen wir ja zu Hause. Vielleicht ist das auch nochmal ein gut. Ich habe an der Stelle übrigens grausige Erinnerungen an meine letzte Auswärtsfahrt mit Basti nach Leverkusen. Grüße an der Stelle. Aber Basti hat es doch gar nicht bis zum Ende erlebt. Er ist doch vorher schon aus dem Stadion geflogen, wenn ich mich richtig erinnere. Oder zumindest rausgegangen. War das so? Ich erinnere mich nur noch in Teilen. So schlimm. Der Morgen fing relativ schnell mit Getränken an. Ja. Gute Auswärtsfahrten. Das sind immer gute Auswärtsfahrten. Ja. Also, ja. Wie gesagt, gegen Leverkusen glaube ich noch, dass wir am ehesten auch eine Chance haben, weil die wirklich das Spiel machen werden. Da werden sich Räume auftun. Da müssen wir halt einfach in der Defensive stabil stehen, weil die haben halt schon einfach brutal gute Offensivkicker. Aber das sehe ich noch relativ entspannt. Gladbach, wie gesagt, einfach auch anfällig, was so Standards angeht. Wenn wir dann mal schaffen, Ecken auf die richtigen Köpfe zu bringen oder Kostic mit Freistoßtoren, da sahen die jetzt in den letzten Spielen schon nicht so geil aus und auf Mainz habe ich halt einfach null Bock. Tito. Ich bin froh, wenn es Winter ist. Aber wie gesagt, wir haben noch schöne Daten, schöne Möglichkeiten jetzt noch vor uns. Also, wir haben die Option, dass wir vielleicht sogar drei Punkte holen gegen Istanbul. Das ist ja eine feine Angelegenheit. Dann ist auf jeden Fall irgendwie, ich meine ganz ehrlich, Mönchengladbach kann echt ein geiles, geiles Kickerspiel werden. Es kann auch echt so ein Spiel werden, wo der ganze Wut, der sich über den Sommer angestaut hat, dann auch herausgearbeitet wird im Spiel selbst. Ich glaube, da ist Gladbach natürlich mega motiviert. Die werden auch so ein bisschen das mitbringen, was Hütter irgendwie sah selber. In den Wochen zuvor gab es ja immer wieder auch Aussagen von ihm, die irgendwie ein bisschen unglücklich waren. Aber es kann auch echt nach hinten losgehen. Kann auch sein, dass wir gegen Gladbach die drei Punkte holen und gegen Leverkusen ein, wie gesagt. Also, es ist alles möglich. Aber wenn wir dann in den Winter einbiegen mit vier Punkten, dann bin ich sehr, sehr zufrieden und dann muss ich auch sagen, war das eine erfolgreiche Hinrunde. Also, insofern strengt euch an, vier Punkte noch, dann ist alles super. Ja. Ja, und dann lassen wir uns doch mal auf das jetzt sehr kurz bevorstehende Spiel sprechen. Am Donnerstag um 18.45 Uhr muss die Eintracht ran in Istanbul gegen Fenerbahce ohne Auswärtsfenster. Ich glaube, Heimfenster zugelassen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Genau. Auswärtsfenster nicht zugelassen, wobei man ja von dem einen oder anderen hört, dass er trotzdem vor Ort sein wird. Also, ich glaube, so ganz ausschließen kannst du es nicht. Und wie Marvin ja vorhin so richtig gesagt hat, dass wir eine Runde weiter sind, ist ja schon fix. Und das ist jetzt nur noch die Frage, ist es Platz 1 und damit das Überspringen dieser Playoff-Runde und der direkte Einzug in das Achtelfinale oder ist es quasi dann nochmal diese Zwischenrunde, wo ja dann auch die Drittplatzierten der Champions League nach unten rutschen. Das ist jetzt die Frage. Ich würde es mir so sehr wünschen, dass wir uns das sparen, weil da können miese Gegner auf uns zukommen. Das kann einfach schon das Aus bedeuten, es wäre einfach so wichtig gegen Fenerbahce ein halbwegs gutes Spiel hinzukriegen. Ich würde auf jeden Fall auf Sieg spielen, weil diese auf Unentschieden Spielerei, das machen A, mein Nevinet mit und B, bringt es ja auch nichts. Also das ist ein Schuss, der so schnell nach hinten losgehen kann. Sagen wir mal so, also wenn wir mal auf die Punktethematik in der Tabelle gucken, theoretisch würde uns der eine Punkt reichen, weil wir das bessere Torverhältnis haben, es sei denn, Olympiakos schießt irgendwie tonnenweise Tore an. Ich glaube, wir haben auch den direkten Vergleich, das ist auch besser, also ist es so oder so egal. Von daher würde uns das Unentschieden reichen. Olympiakos müsste quasi gewinnen und hoffen, dass wir verlieren. Fenerbahce wird den Weg auf Platz 2 nicht mehr schaffen und muss sich quasi hinten dran nur an Werpen so ein bisschen weghalten. Also, ja, am Ende, wenn alle Unentschieden spielen, ist es ein relativ entspanntes Ding. Ich glaube, an Werpen rechnet sich da auch nicht mehr allzu viele Chancen irgendwie aus gegen Olympiakos, aber trotzdem, ich würde, ähnlich wie Alex das sagt, auch eher auf Sieg gehen, um da halt überhaupt nichts anbrennen zu lassen und dann vielleicht auch noch mal ein bisschen Motivation fürs Wochenende mitzunehmen, oder Marvin? Ich glaube, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob auf Unentschieden spielen überhaupt ein Plan ist, der bei irgendeiner Mannschaft, die fernab einer Thekenmannschaft irgendwie unterwegs war, funktioniert. Also ich glaube, wenn du einen Anspruch hast, irgendwie in der Bundesliga oder international zu bestehen, kannst du am Ende vielleicht sogar zufrieden sein mit einem Unterschied, aber das wird nicht der Plan sein, zu sagen, wir machen aber jetzt heute nur so viel wie nötig, um dann das 1 zu 1 oder 0 zu 0 zu halten. Also ich glaube, die Eintracht, und vielleicht mit einer leicht verändernden Aufstellung, müssen wir mal gucken, wird den Gang nach Istanbul antreten, um natürlich auch zu gewinnen, um dann nämlich als Tabellenführer dieser durchaus schwierigen Gruppe dann in die nächste Runde zu kommen, mit einem richtigen Ausrufezeichen, kann ja auch immer noch attraktiv sein für denjenigen, der dann vielleicht zu Eintracht wechselt als Stürmer zu sagen, hier, guck mal hier, da gehe ich zu einem Verein, der international hier top performt hat, da kann ich mich dann auch im nächsten in der Rückserie gut anbieten, kann ich mir eher vorstellen und wenn es dann 1 zu 1 ist, dann nehmen wir es auch. Ja. Ja. Fände ich auch extrem spannend, weil je nachdem, wie nämlich das Losglück entscheiden, könnten wir in der Zwischenrunde, falls wir da reinrutschen, nämlich unter anderem auf Leipzig treffen, die wären ja einer von diesen Kandidaten, die da jetzt runter geschoben werden. Hätte ich auch null Bock drauf. Was ist denn eure Thematik mit der Aufstellung, Marvin? Du hattest gerade eben schon gesagt, wahrscheinlich geringfügig andere Aufstellungen. Was hast du denn da so im Kopf? Also wie ich schon gesagt habe, würde ich ja ganz gern in der Offensive wenig Veränderungen vornehmen, deswegen bleibe ich dabei, dass ich Boree gut finde, genauso Kostic und natürlich Kostic ist eh klar. Ich meine, das ist überhaupt eine Alternative für Links. Also wir fangen auf Boree, Lindström, Kamada, bleiben alle gleich, Kostic auf der linken Seite, rechts würde ich statt Schändler mal wieder jemand anderen stellen, da könnte man überlegen, ob man da vielleicht mal, ich bin unsicher, ob man da vielleicht mal jemanden wie Touré wieder reinbringt, das ist eine Idee, aber der ist defensiv schwächer, das muss man auch dann wissen, also weil er potenziell mehr Fehler macht, also insofern ist es auch nicht total unproblematisch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass auf der Position was getan wird, die Möglichkeit ist, Jagic hat, ich weiß nicht wie fit Jagic ist, wenn er noch gehen kann, wenn das noch kein Problem ist, dann lassen wir ihn drin, ansonsten ist immer die Option, auch mal in Rode wieder reinzubringen, man könnte tatsächlich auch sagen, ja, man guckt jetzt, ob man hinten wieder noch was macht, ob man wirklich sagt, man gesetzt Hasil wieder raus und dafür Hinteregger rein, Hinteregger muss auch mal wieder die Chance bekommen, ich weiß nicht, als hätte er so schlechte Spiele gemacht, das sind halt so Optionen, darüber muss man nachdenken, aber ich würde am ehesten die Chandler Position überlegen, ob ich da noch mal was neu besetze, alles andere müsste für mich nicht sein und Chandler auch nicht, weil er ein schlechtes Spiel gemacht hat, das will ich gar nicht sagen, sondern ob man sagt, man probiert mal was anderes, man probiert mal, ob man vielleicht, keine Ahnung, ob man Bore mal auf diese Position setzt und mal schaut, dann nimmst du uns Heuge nach vorne, also einfach nur mal sowas testen vielleicht. Hatte ich auch gerade überlegt, wobei, wenn du sagst, von wegen Touré wird schwierig, weil Defensive so ein bisschen nicht optimal ist. Dann brauchst du da erst nicht anfangen. Dann brauchst du mit einem Bore oder mit einem Heuge da auf rechts halt auch nicht anzufangen, weil die sind in der Defensivarbeit jetzt auch nicht so viel besser da unterwegs. ist genau der Punkt. Also muss man echt überlegen, was man macht. Das sind ja auch nur Ideen von mir. Ich will eigentlich da vorne relativ wenig verändern und ich sehe auch, es muss nichts getan werden. Die Frage ist nur, und das kann der Trainer besser beurteilen, wie ist die Müdigkeit? Wie ist das Müdigkeitslevel bei denen, die jetzt schon so oft gespielt haben? Wenn die sagen, wir können das nochmal locker machen, dann machen wir halt nix. Wenn der eine oder andere sagt, es wird vielleicht Zeit, dann sind natürlich mit Sebastian Rohde, mit Heuge, den ich auch ganz gerne sehe, oder selbst einen Rangner Ache, der vielleicht auch mal irgendwelche Akzente setzen kann in jedweder Art und Weise. Er ist ja schon ein robuster Spieler, der auch schnell laufen kann. Vielleicht wäre das auch mal was. Der hat auch schon mal rechts außen gespielt. Vielleicht wäre der jemand, wenn er eine Absicherung im Defensiven hätte. Also das heißt, wenn Jakic beispielsweise weiß, okay, ich muss halt für einen Rangner Ache, der jetzt nur auf der Seite, rechten Seite den Platz beackert, dann muss ich seine Seite absichern. Dann bleibe ich weiter hinten und erlaubt mir nicht Querschüsse, die irgendwie ein Fieldgoal wert sein können, sondern bleibe defensiv hinten, dann kann das auch passen. Also da könnte ein bisschen Kreativität zum Vorschein kommen. Aber Alex, was sagst du denn? Kurze Ergänzung noch. Ache wäre eine schöne Idee, wenn er spielberechtigt wäre für die Euroleague. Ich vergesse das immer wieder. Ich raste aus. Ja, du hast recht. Aber ich finde es so schade, weil ich das immer wieder sehe, dass er eigentlich doch Akzente setzt. Aber ihr habt natürlich vollkommen recht. Da war er aber leider nicht. Also nicht am Donnerstag. Vielleicht am Sonntag. Nee. Aber ich vergesse das immer wieder. Du hast vollkommen recht. Ich erinnere dich gerne. Hat überhaupt kein Problem. Aber Alex wird uns jetzt retten und wird jetzt hier die optimale Aufstellung niederlegen. Ich würde tatsächlich vorne einfach gar nichts machen. Also ich würde gerade vorne die vier Kostic, Kamada, Lindström, Boree genauso lassen, wie es war. Ich würde auf der rechten Seite tatsächlich Touré nochmal probieren wollen. und dafür auch Hasebe gegen Hinteregger tauschen. Auch nicht unbedingt als Abwatschung, sondern ja, bei Hasebe ist es vielleicht eher einfach auch um ein bisschen mehr ja, ein bisschen mehr Härte in das Abwehrverhalten reinzubringen durch Hinteregger. Und auf der rechten Seite glaube ich, kann ich alles, was ich letzte Woche gesagt habe und mich dann für Durm entschieden habe, diese Woche nochmal sagen. Es spricht vieles für die Einzelnen. Es spricht für jeden, aber auch irgendwas dagegen. Ich glaube, wenn wir hinten den Kämpfer reinbringen mit Hinteregger, können wir es auf der rechten Seite ein bisschen offensiver angehen, zumal da Chandler auch in der Defensive nicht so viel unterstützt hat. Da ist Tuta sehr oft nach außen gegangen. und ich könnte mir das im Zusammenspiel mit Touré nochmal ein bisschen besser vorstellen. Würde ich auch ganz gut finden. Kann man auch mal testen. Das sind halt so Sachen, wie gesagt, ich bin da mittlerweile sehr vorsichtig, weil ich es eigentlich ziemlich cool finde, dass ein Glasner da auf gleiche Leute setzt. Wie gesagt, ich glaube, es hilft Personen wie Bore, wie Linz, Trimkarmade, dass sie diese Zeit zusammen bekommen. aber ich würde das so auch gut finden und da ist ja der Alex auch bei mir, dass man sagt, ganz da vorne ändert man nichts. Ja, vor allen Dingen kannst du ja dann auch mal einfach gucken, wie der Spielverlauf ist. Jetzt mal, alles verläuft optimal, wir liegen nach der ersten Hälfte 2-0 vorne, dann kannst du ja immer noch hergehen und sagen, alles klar, wir haben jetzt drei harte Spiele in der Bundesliga vor uns, jetzt gucken wir mal, wo bringen wir Ache unter, wir bringen Pacencia nochmal rein, wir gucken, dass Jakic nochmal eine Pause bekommt oder vielleicht auch so, auch ein Dauerläufer, also ich glaube, der hat nach Kevin Trapp oder sogar vor Kevin Trapp die meisten gespielten Minuten bei uns. Also, auch der könnte irgendwann mal mal müde werden. Aber, wenn das Spiel halt haarig wird, dann würde ich momentan auch einfach den vertrauen, die in den letzten Spielen einfach auch überzeugt haben. Im letzten Spiel vielleicht nicht ganz so arg, aber, ähm, ja, da ist auf jeden Fall die meiste Konstanz jetzt drin. Also, wenn man den Kollegen von Transfermarkt.de glauben darf, dann hat Kevin Trapp 1.800 Spielminuten und Jibril Tso 1.730, also knapp hinten drin. Ja, ist aber auch krass, also was auch Alex gerade illustriert, dieser Dauerläufer, auch Tso, der ja auch wirklich viele Kilometer macht, der lang schon dabei ist, also wirklich ein herausragender Spieler in dieser Saison. Klar, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er immer seine Pause bekommt, ansonsten, wenn er da bleibt, haben wir eine super Alternative mit Sebastian Rode, den ich weit auch, äh, weiter vorne auch ganz gerne aktuell sehe, dass er eher nicht auf der 6er, sondern auf der 8er Position auch wirken kann, kann also für andere auch mal reinkommen. Man sieht ja, dass er durchaus gefährlich auch sein kann, also insofern, da haben wir ein paar Optionen, die dann im Zweifel noch von der Band kommen können. Ja, ich hatte gerade eben eine etwas andere Überlegung, nämlich die Variante tatsächlich Rode für Jakic zu bringen, einfach um Jakic auch mal eine Verschnaufpause zu bringen und auch, weil ich ihn wichtig finde für die, für diese englische Bundesliga-Woche, eine Rode zu bringen und ihn halt tatsächlich eher ein bisschen defensiver auch zu haben, zum einen auch für den Spielaufbau und dass du dann auch etwas mehr Absicherung hinten hast, wenn dann auch ein Touré eher offensiver agiert, also dass du dann teilweise eher in so einer Viererkette verfallen kannst, war so meine Überlegung gerade. Damit hast du zwar relativ weite Wege im Mittelfeld, aber du kannst es halt über die Außen dann wieder wegspielen. Stimmt. Ja, also auch, ich will mir da gar kein Urteil erlauben, ich bin da irgendwie so, weißt du, ich vertraue gerade diesem ganzen System und ich vertraue auch einem Glasner und bin relativ zufrieden, wie es auch kommen mag, aber du hast natürlich mit Rode, finde ich auch ganz interessant, könnte man auch so machen, ja. Ja, weil du würdest halt damit dann auch dieses Thema so ein Stück weit umgehen, dass du sagst, du hast einen Hinteregger, der halt die Bälle dann einfach nur nach vorne bringt, indem du halt den Spielaufbau auf den Rode verlagerst. Dafür muss er aber ein bisschen defensiver stehen, dann bringt es dir halt nichts, wenn er mit nach vorne geht, das funktioniert halt dann in der Kombi nicht. Aber schauen wir mal, ich bin da auch, ähnlich wie du, recht entspannt, was das Thema angeht und froh, dass wir da einiges an Optionen haben. Hoffe aber einfach nur, dass wir dann ein gutes Spiel abliefern und da die wichtigen Punkte mitnehmen, weil ich habe wirklich keinen Bock auf diese Zwischenrunde Playoff Gedöns Geschichte. Ich will das einfach jetzt fix haben, dann weißt du, dass du 1. März wieder spielst und kannst dich halt im Januar und Februar sehr auf die Liga konzentrieren. Das wird sowieso noch anstrengend genug. Wann ist die Bundesliga vorbei? Im Mai oder was? Weil die ja auch wegen dieser komischen Winter-WM in Katar auch wieder viel früher aufhören. Der große Vorteil ist natürlich dadurch, dass wir, wenn wir sagen, im 14. Mai ist es vorbei, voraussichtlich das letzte Spiel dann gegen Mainz und das dann auswärts. Aber es ist natürlich schon so klar, dass wir hatten ja immer so ein, zwei absolut starke Phasen in der letzten Saison auch und da sind wir sehr, sehr gut aus dem Winter gekommen. Erinnert euch, wo wir dann echt gut performt haben, wo wir dann natürlich gegen Ende dann auch so ein bisschen geschwächelt haben und genau sowas wäre natürlich geil. Natürlich hast du jetzt unglücklichen Gegner, auch wenn es zu Hause ist, gegen Dortmund, ob du dann direkt was holst. Aber die Wochen danach sind ja genau wieder die Punktewochen. Augsburg, Das sind vor allem die, wo wir in der Hinrunde die Punkte haben liegen lassen. Nicht nötig haben liegen lassen, wohlgemerkt. Augsburg, Bielefeld, selbst Stuttgart, wer weiß, ob da wieder dann alle fit sind. Wolfsburg natürlich ausgeklammert, aber selbst in Köln. Ja, also du hast da echt ein paar Möglichkeiten, wenn du da früh aus der West, wenn du da früh und gut rauskommst und die Unsicherheiten anderer Teams dann dem Versprechen ausnutzt, dann wird das auch noch eine richtig relaxe und gute Saison. Aber dafür müssen halt die Stellschrauben passen und ich glaube aber, dass wir jetzt da zumindest auch spielerisch auf einem guten Weg sind. Denn es ist ja tatsächlich so, wir sehen ja gerade eine andere Eintracht, die auch einen besseren Fußball spielt. Das schaffen die nicht über 90 Minuten. Und manchmal muss es dann halt noch in den letzten Minuteaktionen sein, die uns dann irgendwie das Glück bringt. Aber wir haben ja teilweise schon auch öfter mal über 90 Minuten gute Spiele gesehen und ansonsten waren es ja auch zumindest schon 45 Minuten. Und das ist für mich der Weg, den es gerade geht. und langsam, aber sicher spielt sich das ein. Und da ist auch manchmal die Ungeduld, die wir haben, dass wir sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber deswegen sind wir auch nicht die Verantwortlichen, die entscheiden müssen, ob wir Trainer behalten oder verlassen oder so. Ja, das ist definitiv besser so, dass wir da nicht die Verantwortlichen sind. Ja, ich glaube, so können wir es dann auch erstmal stehen lassen. Ich freue mich auf jeden Fall so ein bisschen auf dieses Spiel. Auch wenn ich diese Anstoßzeit 1845 sehr unpassend finde, aber nun gut, das ist dann vielleicht auch ein persönliches Thema. Was denn euer Ergebnis tippt? Der Herr Marvin steht hier als erstes in der Liste und darf deswegen als erstes tippen. Also ich sage, es gibt keinen Sieg, aber es gibt ein schönes 2 zu 2. Ein schönes 2 zu 2. Frau Alex? Ich packe mal die Euphorie aus und sage, wir gewinnen 2 zu 0. Ganz klarer Sieg. Kein Gegentor. Defensive steht. Alles wird super und wir gehen voller Schwung in die letzten drei Bundesligaspiele. Ja, ich drehe dann das Ergebnis mal rum, weil wir spielen ja auswärts. Was tippe ich denn? Nee, zu 0 glaube ich nicht. Ich nehme das gute alte 2 zu 1 für die Eintracht. Ein Tor Vore, ein Tor Paciencia, der in der 85. Minute eingewechselt wird, Kopfballtor nach Flanke, Kostic, wie sollte es anders sein? Achso, das ist schlecht, oder? Finde ich gut. Geil. Also ich würde mich freuen. Das war ja doch was. Wie gesagt, ich kann es überhaupt gar nicht einschätzen. Auch weil es ist, wir sagen, ja gut, ohne Auswärtsfans, das kennen wir ja die ganze Zeit jetzt schon, aber es ist natürlich schon so, dass man sagen muss, auch wenn das eigene Stadion die Leistung nicht so gutiert, gutiert, wie man sich das erhofft, wenn beispielsweise Finder Batsch ein schlechter Beginn, dann kann es ja auch da in die andere Richtung laufen. Also insofern, ich glaube es wird auf jeden Fall ein Hexenkessel, aber mal schauen, in welche Richtung. Ja, es wird auf jeden Fall spannend und dann gucken, vorbereiten, gedanklich auf die letzten drei Spiele trainieren, wird ja dann nicht mehr wirklich sein, sondern das ist dann eher so eine Matchvorbereitung, dafür ist der ganze Graben ja einfach viel zu eng beieinander. Schöne neue Fußballwelt. Gut, dann haben wir es glaube ich auch für diese Woche schon geschafft, wir haben diese Woche nichts an aktuellen Themen, nichts an Empfehlungen, was einfach auch daran liegt, dass wir alle gerade ein bisschen eingebunden sind und nicht so viel uns mit anderen Dingen gerade beschäftigen können. Vielleicht haben wir in der nächsten Woche dann ein bisschen mehr, wir müssen sowieso auch gucken, wie wir das in der nächsten Woche mit Aufnahmezeiten machen, von daher jetzt schon mal der Hinweis, behaltet mal die Social Media im Auge, wir werden versuchen, das zeitnah anzukündigen beziehungsweise auf unserer Webseite gibt es ja auch einen Kalender auf der Live-Seite, wo ihr dann auch seht, wann ihr aufnehmt, dann könnt ihr auch ungefähr, selbst wenn ihr nicht live zuhören wollt, abschätzen, wann denn dann die neue Folge kommen wird. Und darüber hinaus haben wir ja auch letzte Woche noch eine extrem lange Folge gemacht, der eine oder andere, der sie noch nicht gehört hat, kann ja da auch noch mal reinschauen. Ich glaube, da war ja auch sehr, sehr viel drin über U23, U21 und so weiter und so fort. Also ich glaube auch, die Folge der letzten Woche ist noch ganz frisch. Genau und mal mindestens den Empfehlungsteil, den könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal anhören. Also wenn ihr den diese Woche vermisst, dann macht einfach nochmal einen Schritt zurück auf die Folge von der letzten Woche. eins habe ich doch noch. Es tut mir leid. Ach so, ja dann. Jetzt haben wir, hast du schon so wunderbar abmoderiert, aber eine Frage, weil ich das gerade so gelesen habe, es deutet ja doch vieles auf dem Abgang von Alman Barkowkin. Wie würdet ihr das sehen? Ist das dann etwas, was, wo wir sagen, damit muss man leben, weil er zuletzt aktuell kaum noch Einsatzzeit bekommen hat? Oder ist das etwas, von dem man sagen muss, das schmerzt doch sehr? Alex, wie siehst du das? Eigentlich ist es eine Entwicklung, die muss zu seinem Wohle jetzt so kommen. Weil entweder schafft er es jetzt nochmal woanders sich durchzusetzen, die Laie mit Düsseldorf war mehr als unglücklich durch seine Verletzungen, da war er zwei Jahre verliehen, hat es eigentlich auch nicht so richtig geschafft, sich zu etablieren, durchzusetzen, obwohl das eine gute Bühne für ihn gewesen wäre. Er hat es bei der Eintracht nie geschafft, sich wirklich zu einem Stammspieler und schon gar nicht zu einem Unterschiedsspieler zu entwickeln, was man von ihm immer so ein bisschen erwartet hat, weil er eine gute Veranlagung mitbringt. Das ist jemand aus der Gegend, der ist 069 aus tiefstem Herzen. Das tut mir auf der einen Seite natürlich für mein Fanherz leid, aber da ist noch nicht mal mehr irgendwie eine Träumerei, dass es bei uns nochmal funktionieren könnte. Also das Thema ist, der Drops ist gelutscht und wenn er für sich noch ein bisschen was erreichen will, dann ist Zeit zu gehen. Ja, also an dem Punkt stimme ich Alex zu. Ich glaube für ihn macht es Sinn, einen Wechsel in Betracht zu ziehen, einfach damit er auch spielen kann. Auf Dauer wird er bei uns nicht über Kurzeinsätze drüber hinaus kommen. Erstmal sind wir jetzt in diesem Dreierketten-System drin, da wird er wenig Rolle spielen und selbst wenn wir auf eine Viererkette gehen, glaube ich nicht, dass er aktuell die erste Wahl ist für einen rechten Außenbahnspieler und im offensiven Mittelfeld hat er einfach zu viel Konkurrenz, da sehe ich es momentan auch nicht. Und ich, ja, er ist, kommt aus der Frankfurter Jugend und wie Alex sagt, er ist quasi tief mit Frankfurt verwurzelt, aber da muss man jetzt glaube ich auch nicht deswegen ewig an so einem Spieler festhalten. Von daher fände ich es für ihn einfach gut, wenn er diesen Schritt macht zu einem Verein, wo er regelmäßig spielt und da auch hoffentlich erfolgreich ist, auch wenn wir uns wahrscheinlich in zwei Jahren wieder ärgern und sagen, auch hätten wir den mal behalten, glaube ich aber nicht, dass er den gleichen Weg, den er dann da vielleicht woanders macht, ist jetzt sehr in die Zukunft gesprochen, bei uns machen würde, weil ich nicht denke, dass er hier bei uns die Einsatzzeiten kriegt, von daher für mich erstmal vollkommen fein. Ja, ich meine, das ist ja immer der Punkt. Ja, aber so richtig ärgern tue ich mich auch gar nicht über so viele Leute, die mal gegangen sind. Also ich meine, wenn du dir mal anguckst, was wir für Diskussionen geführt haben über die Itter-Zwillinge, die super früh aus der Jugend weggegangen sind, die sind mit Lorbeeren überschüttet worden, die größten Talente am deutschen Fußballhimmel, die kämpfen auch darum, sich durchzusetzen. Oder, keine Ahnung, auch Sonny Kittel, der hat jetzt viele Stationen schon hinter sich, der spielt in Hamburg eine richtig gute Rolle, aber das, was man sich von ihm irgendwann mal versprochen hat, auch Fritz-Walter-Medaille, ich glaube, in Silber bekommen, also wirklich eins der größeren Talente und dafür jetzt eine ordentliche Rolle in den Mittzwanzigern bei einem Zweitligisten zu spielen, ist eigentlich auch nicht die Sterne, die er mal im Himmel gesehen hat. ja, also es ist richtig. Ja, es kommt drauf an. Also ich finde, das ist richtig, also klar, dass Kittel jetzt eine für mich gute Entwicklung gemacht hat zu einem absolut soliden Spieler ist ja schon mal, ist ja schon mal echt was, also wirklich auch bei einem bedeutenden Verein, bei Luca Itter würde ich noch ein bisschen aufpassen, weil der hat, der spielt halt eine ehrliche Position, der ist jetzt leider gerade ein bisschen verletzt, aber der bei Fürth aktuell kann noch mehr. Ich glaube, da kann, also da stelle ich mir noch einiges vor, das ist Linksverteidiger, der hat das Potenzial, die Spiele, die er jetzt in der Bundesliga gemacht hat, die sahen echt in Ordnung aus. Also da, und gerade, wir kennen die ganzen Mangelverwaltung der Linksverteidiger-Position, Ja, würde ich gerade sagen, Linksverteidiger ist so eine Position, wo du halt auch echt keine großen Alternativen hast, wenn du da ein bisschen besser bist als der Durchschnitt, dann bist du quasi schon ein Spitzenspieler. Und das ist, das sehe ich bei ihm auf jeden Fall, das müssen wir abwarten, aber da geht viel. Das ist aber auch alles so Sachen, da kommen andere Entwicklungsschritte dazu, dass der eigentlich beim SC Freiburg auch ein echt gutes Umfeld hat, jetzt ist er zu Fürth ausgeliehen, aber das ist natürlich halt auch nochmal eine andere Kiste, der ist mit 17, unter 17 ist der halt weggegangen nach Wolfsburg, da sind auch nochmal andere Trainingsmöglichkeiten. Für Barcoc, wenn wir jetzt bei dieser Personalie bleiben, stimme ich euch dazu, dass das natürlich jemand ist, bei dem wir auch uns, also mir blutet da schon das Herz, weil ich das optimal gefunden hätte, wenn jemand aus Frankfurt hier den Durchbruch schafft, aber ist jetzt mit 23 auch noch nicht so alt, aber die Situation ist halt, er ist ja ein Nationalspieler Marokkos, das heißt, er kann sich auch da für andere empfehlen und bei uns ist es halt gerade so, gerade auch mit einem Lindström, der diese Position bekleidet, ja auch gekauft wurde. Wir haben immer noch Kammer da dort, also da wird der Bereich einfach sehr, sehr dünn. Ja, er wird da keine adäquate Spielzeit bekommen und mal irgendwie 10 Minuten Einwechslung oder 20 ist dann halt auch für die Entwicklung, in der er ja noch drin ist, er kann ja nochmal einen Schritt oder zwei machen, ist halt einfach zu wenig. Also da muss auch sein Anspruch an anderer sein. Ja, genau, das ist es. Also und deswegen, ich finde es schade, aber es ist klar, wenn ihr Vertrag, der 2022 dann ausläuft, wenn es da Möglichkeiten gibt, auch für andere Vereine zuzuschnappen, ich glaube immer noch, dass ein Ayman Barkok für einen Verein wie auch Kreuter führt, aktuell immer noch ein krasser Gewinn wäre, wenn er das halt auf den Platz bekommt oder auch für Bochum. Bochum hoffe ich mal, dass die sich in der Liga halten. Ey, das wäre ein geiler Transfer für den VfL Bochum, mit Barkok jemanden zu haben, der eine gewisse Robustheit an den Tag legt, der auch mal so ein bisschen über die Strenge schlägt und so weiter. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, sofern er sich in diesem Konstrukt auch zurechtfindet. Also der kann Erstliga spielen, aber bei uns ist gerade, glaube ich, so the glass feeling einfach da für ihn. Ja, also ich hoffe doch, dass Bochum in der Liga bleibt. Ich will da noch eine Auswärtstour hinmachen, das hat ja jetzt dieses Jahr nicht funktioniert, das würde ich dann gerne im nächsten Jahr machen. Also das steht noch auf meiner Liste ganz oben. Dann schauen wir doch mal. Ja. Darf ich jetzt nochmal das mit dem Thema Abmoderation in Erwägung ziehen? Sorry, ich habe es nur gerade gesehen, habe gedacht, das müssen wir nochmal. Alles gut, alles gut, dafür haben wir die Zeit. So, dann kommt jetzt hier die Abmoderation, die zweite. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, behalte die Social Media und den Kalender beim Auge. Wir müssen gucken, wann wir nächste Woche aufnehmen. Und was ich eingangs beim Housekeeping vergessen habe, möchte ich jetzt hier noch nachholen. Nämlich Danke sagen für all die vielen lieben, netten Menschen da draußen, die uns auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook und sonst wo all die Screenshots von ihrem Spotify, Jahresrückblick geschickt haben, wo wir als Podcast irgendwo in den Top 5 waren. Ist großartig. Und meine Bitte, macht es doch gerne einfach weiter, weil das hilft nämlich auch, dass andere Leute auf uns aufmerksam werden, sei es bei Spotify, auf YouTube oder halt hier quasi in unserem hauseigenen Feed und vielleicht reinhören und wir somit noch den ein oder anderen neuen Zuhörenden hier gewinnen können. Von daher einmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns so oft gehört habt und bitte sagt weiter, dass es uns gibt. So, und dann machen wir jetzt hier den Sack zu. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche. Genießt das Spiel am Donnerstag, voraussichtlich für die meisten vorm Fernseher. Wer vor Ort ist, kann ja vielleicht dann im Nachgang mal eine kurze Info rüberschieben, wie es denn war und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnt hart und weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.